Wir haben hier ein Quiz für euch vorbereitet, ein Pärchen-Quiz mit Tina. Tina und Ben. Die erste Frage an dich, Tina. Bist du bereit? Ja. Wo haben wir uns kennengelernt? Bitte Ort, Uhrzeit hinten draufschreiben. Wo? Wir haben uns kennengelernt? Ja, ich muss ja auch gleichzeitig, damit wir abgleichen können, ob das auch stimmt. Äh, aus. Ich weiß es. Ich würde sagen, kann man beides gelten lassen. Aber wo haben wir uns kennengelernt? Im Kalas? Nein, wir haben uns bei Torben im Büro kennengelernt. Was ist mein Lieblingsessen? Äh, ich könnte sagen, was mein Lieblingsessen ist. Gib mal den ersten Buchstaben vielleicht. Das hatten wir aber ganz vor kurzem. Ganz vor kurzem haben wir das gegessen. Also, ich weiß, dass da grüne Bohnen dabei waren. Sauerbraten. Es waren grüne Bohnen dabei. Grüne Bohnen mit Böden. Schweineländchen. Schweineländchen mit grünen Bohnen. Und Croketten. Jetzt wird's, jetzt wird's richtig heiß. Wo hatten wir den ersten Kuss? Man neigt ja als Mann zur Vergesslichkeit. Nee. Nee, nee, das war Britta. Nee, und das war Merle. Nee, warte mal, ich muss mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, ich hab's. Eins, zwei, drei. Ja. Auf. Den. Nein, ich hab auch noch drunter geschrieben im Dachgeschoss. Und du? Achso, ich hab den Salzmarkt. Was? War das nicht der Salzmarkt? Nein. Man neigt ja als Mann zur Vergesslichkeit. Ich hab dich gefragt, ob du das als Ausrede nimmst, um nur vor mir weglaufen zu können. Ah, stimmt. Und dann haben wir geknutscht. Natürlich, Dachgeschoss. Ja, ich weiß wieder. Vor unserem Esstisch standen wir. Du standest da, ich stand da. Und dann... Genau. Wir standen uns praktisch gegenüber. Und dann ist es einfach passiert. Rate mal, welche von deinen Eigenschaften mich am meisten nervt. Ah, ich glaub, ich weiß da was. Eins, zwei, drei. Ja, und drei. Schmuck, schmack. Schnarchenmensch. Schnarchen. Fremdfügel. Ich hab geschrieben meine Vergesslichkeit. Was glaubst du, welche Eigenschaft ich an dir am meisten liebe, schätze? Welche Eigenschaft? Welche Eigenschaft? Das ist geheim. Mit E irgendwas. Fuckst du ab? So, drei, zwei, eins, null. Ja, das ist jetzt was anderes. Ich hab geschrieben... Ich glaub, das war nicht das Richtige. Okay, Tina. Jetzt kommt die Hammer, Hammer, duper Frage. Was ist mein Lieblingsessen? Ich geb dir einen Tipp, fängt mit S an. Und hör mit Chinkennudeln auf. So. Na gut, das hast du ja gesagt. 3, 2, 1. Ben, wo hast du mir den Heiratsantrag gemacht? Das war... Nämlich... Ja... 3, 2, 1. Guck mal, da war das. Da. Gar nicht. Ich stand vor dir, du standst vor mir. Und ich bin dann tatsächlich auf die Knie gegangen. Die Kamera stand da, die andere da. Und dann hab ich gesagt, Tina, willst du mich im Dachgeschoss heiraten? Vielleicht könnt ihr ja mal gucken, mal ein bisschen so nachsuchen in den alten Folgen, wo es war. Und dann könnt ihr ja mal uns Bescheid geben. Wenn euch das Spiel gefallen hat, dann würde ich sagen, macht mal folgendes. Abonniert diesen Kanal. Und wenn ihr vielleicht sogar noch Fragen habt, dann schreibt uns einfach in den Kommentaren und sagt, was für Fragen wir das nächste Mal fragen können. Mal gucken, wer dann gewinnt. Diesmal war ich ja der Gewinner. Ja, bin dann gekommen. Hab ich gewonnen? Ja. Danke. Danke.